Das ist mein neues Kochbuch, Heimatliebe, meine deutsche Küche. Ich liebe es einfach mit heimischen Zutaten zu kochen. Und geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sich manchmal zurücksehen nach den Rezepten Ihrer Kindertage, nach den Gerichten Ihrer Mutter oder Großmutter? Dieses Buch ist eigentlich eine Liebeserklärung an die Familienküche. Und ich hoffe, dass der Funke auch auf Sie überspringt und Sie diese Rezepte hier genauso lieben wie ich. Untertitelung des ZDF, 2020